Also ich lese gerade wieder, ich bin du und bin total im Positiven schockiert, weil ich nicht gemerkt habe, diese normale herzlose Gesellschaft, das Ellbogenmentalität, ich habe das noch gar nicht bemerkt. Das erschüttert mich wirklich zutiefst, was da abläuft. Ich kann es nicht schreiben, wie sehr mich das schockiert und zwar nicht jetzt in Form von, dass ich drauf haue oder es verfluche, sondern dass ich das noch gar nicht sehen konnte. Ich habe mir auch gewisse Sendungen mal politisch angeschaut oder manche Sachen, aber jetzt merke ich das, wo ich sage, es stimmt ja wirklich, es stimmt ja wirklich. Vorher habe ich es nur gehört. Was du zu erkennen hast, ist, dass es um dich herum eigentlich nur KI sind und KI sind Egomanen. Und es ist ein großer Unterschied, ob du selber einseitig denkst und kritisierst oder ob du der bist, der das beobachtet, ohne das zu kritisieren. Erst wenn du wertfrei schaust, bemerkst du, was wirklich jetzt da ist an Einseitigkeit. Und der Schüssel in die Freiheit sind immer diese einfachen Sätze. Ich kann die nur immer tausendmal wiederholen und wenn das in dir auftaucht, hast du es noch nicht gecheckt. Und dann wirst du irgendwann nochmal merken, dass dich das in keinst einseitig ist. Einseitigkeit ist das große Problem. Und es einfach kommen und gehen zu lassen, das ist die Kunst. Das ist diese Verlogenheit, dieses lass die Toten ihre Toten begraben. Ich habe so oft angesprochen, wenn du jetzt in einem katholischen oder religiösen Kontext bist, diese Trauer, wenn einer stirbt. Es ist so unendlich sinnlos. Es ist Leid, du erzeugst mit einem Programm, mit einem Schwamminhalten, mit einem anerzogenen Programm Leid, was so unendlich sinnlos ist. Jetzt kann ich nur wieder sagen, vom Säugeln bis zum Kreis, damit ist alles gesagt. Einfach nur sich bewusst machen, was ist. Jeder Moment zerstört sich selbst durch den neuen, nächsten Moment. Und jetzt bist du halt innerhalb eines kleinen Bezirks, abgezögelten Bezirks, lebst du praktisch in deiner Welt. Und die Bilder, die in dir auftauchen, hängen stark davon ab, wo du Interesse zeigst. Das Interesse ist dein inneres Sein. Und solange du was bekennst, denkst du an das, was du bekennst. Ja. Solange du etwas nicht haben willst, denkst du an das, was du nicht haben willst. Wäre es dir gleichgiltig, wird es sich in Luft auflösen. Und die Schwierigkeit ist das immer wieder, dass man rückwirkend sich selber eine Vergangenheit konstruiert. Das Hauptproblem ist, du musst, lege einmal deinen Fokus drauf, inwieweit du auf der tieferen Ebene, ich sage immer, es existiert knapp unter der Oberfläche, das nenne ich den Arbeitsspeicher. Ja. Inwieweit du zwanghaft ständig, wenn du spazieren gehst, wenn du irgendwo bist, im Hintergrund den Glauben hast, dass das, was jetzt ist, vorher entstanden ist. Genau. Das musst du durchschauen, es ist vorher nie irgendetwas gewesen. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Ja. Das ist auch so ein Beispiel, die Erklärung, die die Naturwissenschaft dazu gibt, ist schlichtweg ein einfacher Trugschluss, eine Selbstlüge. Weil die klassischen Programme, die Egos, die KIs, versuchen sich am Leben zu erhalten. Die können nicht anders, die sind so programmiert. Möglichst lange am Leben zu erhalten, aber du kannst was Ausgedachtes nicht am Leben erhalten. Nein. Es macht keinen Sinn. Nein. Du musst es sich verändern lassen. Genau. 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 Bis zum nächsten Mal.